Die ganze Nacht laute Musik, es war ziemlich kühl. Jetzt wird man hier geweckt von diesem dummen Gelaber, dieser Hinterwälder und dieser Musik-Statement. Der Musikgeschmack von Hector Panzer ist also fragwürdig. Kamil? Ja? Statement zum Festival? Es ist sehr teuer. Ich habe gerade 4 Euro für die Dusche bezahlt und Alter, guckst du mal auf die Uhr, kommst du raus, es ist ein Festival und du pennst ja noch in deinem kleinen japanischen Zelt. Kommo, 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 kommo. Wisst ihr, das T-Shirt, was ich anhabe, war das allererste Fund Angels T-Shirt, was auf den Markt kam. Ich wasche meine Wäsche immer mit 40 Grad, 1000 Umdrehungen, eine Stunde lang und krempel das halt um, damit man den Druck schont. Guckt euch das mal an. Wie sieht denn das bei dir aus? Ich glaube, es liegt an mir. Keine Ahnung, was damit passiert ist. Das ist gut, denn so muss so ein T-Shirt aussehen, weil das heißt, du hast es oft getragen. Das stimmt. Merch ist mein tägliches Obst geworden. Ich trage nur noch Merch, kauf mehr Merch, schickt mehr Fanschaft. und weniger Merch. Junge, ist das eh gut. Gucken wir noch. Junge. Link zu dem Gerät in der Beschreibung. Das ist die neue Feuersaal. Sie braucht auf jedem Campingplatz. Hey, das Eis in der Kühlbox ist komplett geschmolzen. Jetzt wird geäxt, du Schwein. Kauf mehr Bruxler. Bruxler. Alter, du bist so ein Dreckfeller. Bruxler. Aber ich würde gerne den Schwanz nutzen. Hey, das ist einfach nur wunderschön. Das ist nicht ein Trockner, da steht da drauf. Nicht ein Trockner? Oh nein. Ich habe gar keinen Trockner. Ich weiß nicht, was ich falsch mache. Vielen Mastern für die Sonnenblumenkerne XXL. Ringernos. Vielen Dank für das Frühstück. Immer gern. Ich bin der Letzte, der essen dort. Das Letzte. Das ist so schön. Aber das ist es nicht meine. Das habe ich einfach nur gemacht für jemand anderes. Schick. So, wir gehen jetzt hier ganz legitim über den Zeltplatz und erkunden wir alles. Selbstsitz ist garantiert. Ja, wir laufen jetzt über den Zeltplatz. Und guck mal, film mal, film mal diese Menschen da. Mach Steck. Ja. Dann legst du auf. Hey, du feinste Kleine. Vielen Gonzales. Ja, vielen Dank, Junge. Außer mit, du Schwein. Ich will, dass du alles kriegst. Alles. Wo kann ich sie reinstecken? Vielen Gonzales. Diesmal habe ich schon haben wir dabei. Bitte noch volle Dosen mit den Schänden. Ja, hier. Junge. Vielen Anus. Mir wurde gerade ein Flaschenverschluss mit einem Deckel präsentiert. Das ist das Innovativste, was ich jemals gesehen habe. Könnte man gut gebrauchen, sowas. Also ich muss sagen, mittlerweile ist die Lage sehr, sehr angenehm geworden. Danke für das ganze Freibier. Also ich musste mir hier noch nicht ein einziges Bier erwerben. Das ist wunderschön. Gestern war sehr anstrengend zur Ankunft, aber jetzt ist einfach nur ein Traum. Ich kann es auch hier gar nicht trinken und ich bin schon mal kein Medizt. Ich bin schon mal kein Medizt. Röne Scheiß. Ja, du ist es, du bist ja auf den Sack, ey. Ja, du bist ja drin. Hallo, du bist ja nicht. Nee, du geht's? Geht's jetzt? Ich habe gerade versucht, eine Dose aufzustechen. Das ganze ist sehr stark fehlgeschlagen. Guck dir das an. Wie bitte? Da gibt's Kork. Das ist ein Teufel, Alter. Da ist nichts mehr drin, Alter. Jetzt hat er wieder geknallt, Alter. Genau nicht. Das steht mit den Schließfechern. Das hat mein Ladekabel zerbrochen. Oh nein. Scheiß. Das passt nicht rein. Oh nein. Jetzt ist mein Ladekabel kaputt. Scheiß. Was für ein Anschluss ist denn das? Nein. Das ist ein neuer, oder? Ja. Scheiß, den hab ich nicht mit. Oh. Ja, man musste immer alles filmen. Der Wabbelwabbelarbe gewinnt Hosenkamerad. 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 Mir wurde das Sorgerecht leider entzogen. Aber ab und zu treffe ich mich trotzdem mit meinem Sohn und gebe ihm mal sowas hier aus. Schmeckt's mein Kleiner? Diese Schicht hier ist kein Ei, sondern Sperma. So, ich habe jetzt wirklich von insgesamt sechs Leuten die Getränke gesneakt und in mich hineingeschüttet. Dieser Mann bietet Ravioli an. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal auf den einen Pool hinweisen. Das sind mit Pfeffi und Bier. Alter. Statement zum Tag? Das ist sehr mager. Der Stuhl ist kaputt. Der war schon kaputt. Ich habe versucht ihn zu reparieren, aber es hat nichts gebracht. 100 Kilo waren wohl zu viel. Ja, was wirst du, wo wir jetzt wissen? So, jetzt gönnen wir uns erstmal eine Pizza. Elias, steht mit zum Affiliate-Programm. Na dann geh mal bitte ins Kino, Berlin oder so. Mach mich sauer. Schmeckt die Pizza? Ist viel zu heiß schon wieder. Bei den Ranzweibern vergeht mir der Geschmack. Was ist mit dir? Ich bin auf Diät. Junge, Junge, vielen Daumen für den Biabeiner. Das ist ein sehr seltenes Tier, was entsteht durch übermäßigen Konsum. Statement zur Sachlage? Ich bin der Konsum. Statement zur Sachlage? Das Tier war tot. Ich hab echt Angst, dass es gleich regnet. Erwe Ringe! Nass! Nein! Ja! Ich bin der Fall cybervergust rassi! Nass! JENS! GENKA1NE! JA! JENS! LepoCoin! So! Geil! Crazy! Jawoll! Vielen Dank für die Mahlzeit! Statement? Nein! Ich bin... 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020